In einer Welt der Unruhe und Krisen können wir es uns nicht leisten, uns nur gedanklich eine bessere Welt auszumalen, es ist an der Zeit zu handeln. Erstmals in unserer Geschichte gibt es global verhandelte, konkrete und menschheitsweite Ziele. Die UN-Sustainable Development Guards, SDGS, wurden auf Betreiben der UN im September 2015 von den Regierungen der Welt beschlossen. Sie skizzieren eine neue und weltweite Agenda, um Armut und Hunger zu reduzieren, Gesundheit zu verbessern, Gleichberechtigung zu ermöglichen und unseren Planeten zu schützen. Echte Fortschritte werden kaum möglich sein, wenn nicht alle Kinder und Jugendliche weltweit eine hochwertige Bildung erhalten. Deshalb spielt Bildung, Ziel 4, eine zentrale Rolle, sie macht uns zu verantwortlichen Weltbürgern. Die Investition in Bildung und die Stärkung des Bildungssektors ist der Schlüssel zur nachhaltigen Entwicklung eines Landes und seiner Menschen. Es ist dringlich, für alle Menschen eine chancengerechte und hochwertige Bildung sowie Möglichkeiten, zum lebenslangen Lernen sicherzustellen. Hauptziel der 2009 gegründeten Rainer Meutsch Stiftung FLY und HELP ist die Förderung von Schulbildung. Mit Hilfe der Spende errichtet die Stiftung neue Schulen in Entwicklungsländern. Bis heute konnten bereits knapp 200 Schulen gebaut werden. Ziel ist es, künftig jährlich ca. 30 neue Schulen zu errichten. Bis heute hat FLY und HELP bereits knapp 200 Schulgebäude für ca. Kinder errichtet Am 11. November 2017 kamen im Hotel Kamha Krentbon namhafte Künstler der Komedian Wolfgang Trepper, die Gruppe Power Akrobatik, die Sänger Michael Holm, Peter Orloff und die Schwarzmeer Kosacken und Krem Bonai für den guten Zweck auf und sorgten für ein Spendergebnis in Höhe von Euro für die Rainer Meutsch Stiftung FLY und HELP. Krem Bonai hatte gemeinsam mit Produzent Günther Weber eigens für die Stiftung eine Hymne geschrieben und stellte diese gemeinsam mit der Tochter von Rainer Meutsch, Jessina Kunkel, als Premiere vor. Krem Bonai unterstützt die Stiftung schon seit vielen Jahren. Ich helfe meinem Freund Rainer Meutsch gerne, denn es ist so wichtig, dass die Kinder auf dieser Welt lesen, schreiben und rechnen lernen und damit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben erhalten. Krem Bonai, Kredit, Peter Seidel, auch Arnold Schwarzenegger, der anlässlich der Weltklimakonferenz in Bonn war, war es ein wichtiges Anliegen, hier Gesicht und Haltung zu zeigen. Arnold Schwarzenegger mit Töchtern und Mitarbeiterinnen der Rainer Meutsch Stiftung, Jessina Kinkel, Pia Schmitz-Formes, Arnold Schwarzenegger, Silla N.K. Weimann, Kredit, Peter Seidel, K450 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Prominenz, darunter Boxer Axel Schulz, Ex-Big-Prote-Teilnehmer Axel Julich, Sabine Betzing-Lichtentheller, Sozialministerin von Rheinland-Pfalz, sowie Persönlichkeiten der Touristikbranche wie DRV-Präsident Norbert Fiebig, Dr. Michael Frenzel, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Tourismuswirtschaft, Btw, und frühere Vorstandsvorsitzende der TUI AG kamen nach Bonn, um zugunsten von FLY und Help ohne Gage auftraten. Mit dem Spendeerlös werden 2018 zwei Schulbauten finanziert, neben einer neuen Schule mit acht Klassenräumen, 400 Kinder, in Haiti, deren alte Gebäude durch Hurrikan Matthew, in 2016 völlig zerstört worden sind, wird zusätzlich eine einsturzgefährdete Schule in Tansania für 300 Kinder komplett saniert. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Menschen, die in guter Stimmung sind, dazu tendieren, anderen zu helfen. Die wichtigsten News des Tages direkt aufs Handy meldet euch hier an. Auch Wohlbefinden ist deshalb eine nachhaltige Ressource. Rainer Moitsch sorgt mit solchen Ansätzen dafür, dass sie niemals versiegt und eine Grundvoraussetzung ist, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Arnold Schwarzenegger mit Gästen der Galaboyler Stadtsoldatenkorr, Kredit, Peter Seidel, weitere Informationen, Rainer Moitsch, Abenteuer Weltumrundung. Prämie Promotion GmbH, Kropach 2011. Werner Neumüller und Alexandra Hildebrandt, Antrieb der Wohltäter, FLY und Help, wie sich sinnstiftende Unternehmer von anderen abheben von Amazon Media EOSRL Kindle Edition 2017.